Hallo, lieben Krebse und herzlich willkommen zu deiner Juli-Legung 2023. Wir starten mit dem Seelenreise-Tarot, ziehen die Vergangenheit gegen Wahr Zukunft und tauchen dann nochmal tiefer in die Energien. So, lass uns einmal die Karten gut durchmischen. Deine Energie reingeben. Diese Legung ist für dich, falls du den Krebs im Sonnenzeichen, Mond, Aszendenten oder der Venus hast. Dementsprechend, was nicht passt, wird nicht passend gemacht. Schau dir einfach einen deiner anderen Aspekte an. Ich kann dir besonders empfehlen, immer deinen Aszendenten anzuschauen, insbesondere aus der vedischen Astrologie. Denn die sind ein bisschen akkurater, weil die vedische Astrologie tatsächlich das zeigt, was in dem Moment deiner Geburt am Himmel ist. Man würde davon ausgehen, dass es die westliche oder die tropische Astrologie aufmacht. Ist aber nicht so. Dementsprechend, schau mal in deine vedische Astrologie. Schau, welche Sonnenzeichen, welchen Aszendenten du hast. Und schau dir auf jeden Fall diese Legungen an. So, Bodile, Krebs, Krebs, Krebs. Was sind die Energien hier für die Krebse im Juli? Spannend. Oh, krass. Okay, wow. Lass mich einmal weiter die Karten auslegen. Das ist Juli schon ein bisschen besser. Okay, ja. Okidoki, lass uns einmal reingehen in die Karten. Die Sache ist die, ich sehe, dass du hier in der Vergangenheit, dass sich irgendwas nicht entwickelt hat, wie erhofft. Das hat dich frustriert, enttäuscht zurückgelassen. Gefühlt hat sich hier irgendwas nicht so weiterentwickelt oder nicht so entwickelt, wie du dir das gewünscht oder erhofft hast. Spannenderweise geht es in der Vergangenheit hier sehr stark für dich um das Thema Entwicklung, Fortschritte machen. Vielleicht auch im wahrsten Sinne des Wortes hast du dich dazu entschlossen, etwas oder jemanden hinter dir zu lassen. Für den einen oder anderen kann das darauf sich beziehen, dass du dich von einer Beziehung losgelöst hast oder dich zumindest emotional distanziert hast, aufgrund der Enttäuschungen, die in dieser Situation vorgefallen sind. Für wiederum manche ist hier vielleicht auch was in der Vergangenheit zerbrochen und vielleicht hattest du in dem Sinne keine andere Wahl, außer dich zu distanzieren und diese Situation hinter dir zu lassen. Was ich aber ebenfalls wahrnehme, ist, dass es hier gefühlt eine Sehnsucht nach mehr gab. Irgendwas war dir nicht genug. Irgendein Ziel wolltest du erreichen. Nee, das ist noch nicht das. Moment. Es ist nicht, dass du ein Ziel erreichen wolltest. Ich habe eher das Gefühl, du hattest eine Vorstellung davon, wie etwas sein sollte. Und das bezieht sich gefühlt auf deine Gefühle, deine Emotionen. Sprich, du hattest so eine Vorstellung von einer Situation, einer Sache, einer Herzensangelegenheit, einer Beziehung, an der Arbeit, wo auch immer das für dich darum ging. Du hattest gefühlt eine Vorstellung und dachtest, ey, das macht mich mega glücklich. Das ist das, was mich glücklich machen wird, erfüllen wird oder das ist das, wo ich vielleicht die große Liebe finde. Letzten Endes aber sehe ich, dass sich die Dinge anders entwickelt haben, als erhofft. Und du hier erstmal vorübergehend, sage ich mal, diese Situation, ich kriege auch rein, dass die Situation war in einem Stillstand. Da hat sich erstmal da nichts weiterentwickelt. Letzten Endes hat das dazu geführt, dass du, und das nämlich hier war, dass du persönlich gesagt hast, okay, alles klar, wie bringe ich jetzt eine Situation oder mein Leben voran? Und ich habe das Gefühl, ein Umzug oder eine Reise könnte hier in der kürzlichen Vergangenheit oder in der Vergangenheit, vielleicht auch in den letzten Monaten, eine große Rolle gespielt haben. Ich habe das Gefühl, um etwas zu verarbeiten, um eine Erfahrung zu verarbeiten, musstest du dich irgendwie bewegen. Wie gesagt, durch eine Reise, durch einen Umzug. Ich habe das Gefühl, du brauchtest ein bisschen Distanz zwischen dir und dieser Erfahrung. Vielleicht hast du dich auch super busy gemacht und hattest dann ganz, ganz viel zu tun, warst extrem viel beschäftigt. Aber das fühlt sich alles an wie, das hat damit zu tun, dass hier gefühlt eine Enttäuschung war. Ich nehme wahr, das Thema Ablenkung. Hey, okay, das hat sich jetzt nicht so entwickelt, wie ich wollte. Ich lenke mich jetzt ab, ich mache mich jetzt beschäftigt, damit ich da irgendwie gerade nicht so dran nachdenke. Das sind die Energien, die ich hier einmal wahrnehme. Wir haben nach wie vor tatsächlich auch noch einen Konflikt. Also der Juli, die, wenn wir uns mal anschauen, worum es hier in der Essenz geht, es gibt gefühlt einen Konflikt. Dieser Konflikt kann sich im Prinzip darauf beziehen, dass du nach wie vor dabei bist, gewisse Herausforderungen zu überwinden. Oder dass du nach wie vor dabei bist, eine Situation, vielleicht auch dich selber zu verbessern. Ich nehme tatsächlich für ganz viele wahr, dass du hier in eine extreme persönliche Weiterentwicklung katapultiert wurdest. Und letzten Endes habe ich auch das Gefühl, dass das, was hier in der Vergangenheit sich nicht so entwickelt hat, wie erhofft, ist in der Essenz der Auslöser gewesen, der Katalysator gewesen für diese Entwicklung, für diese neuen Erfahrungen. Wo du jetzt dabei bist, dich selbst aufzubauen und, sage ich mal, an deinem Selbstwert zu arbeiten, an deinem Selbstbewusstsein zu arbeiten oder eine Situation oder einen Lebensbereich jetzt erfolgreich zu machen. Und zum einen nehme ich wahr, dass es jetzt für dich im Juli ganz wichtig sein wird, auf deine Intuition zu hören, deine Intuition führt dich. Und es kann sein, dass hier nochmal etwas ans Licht kommt, etwas kommt in dein Bewusstsein. Vielleicht ist das, was in dein Bewusstsein kommt, etwas, was du vorher nicht gesehen hast. Ein Anteil, ein Aspekt bezogen auf diese Situation, der dir verborgen lag. Für manche von euch kann das bedeuten, dass ein Geheimnis ans Licht kommt. Denn wir haben die Hohepriesterin und hier haben wir das Licht, die Sonne. Verborgenes Wissen kommt ans Licht. Und dieses verborgene Wissen, was ans Licht kommt, kann hier vorübergehend auch erstmal zu einem Konflikt führen. Du siehst, wir haben hier gefühlt zwei Storylines, sage ich mal, wo es zum einen darum geht, dass es dieses Event in der Vergangenheit gab, was sich anders entwickelt hat als erhofft. Eine Situation, die du hinter dir lassen musstest oder wo jemand aus der Situation rausgegangen ist und dich hinter sich gelassen hat. Eine emotionale Distanz zu einem vielleicht ehemaligen Traum, von dem du dachtest, dass sich das sehr glücklich macht. Enttäuschung groß, gegebenenfalls Trauer, irgendwas ist zerbrochen. Das hat dich wiederum katapultiert. Ich passe einmal ganz kurz, falls du es noch nicht gemerkt hast, zusammen, damit du beide Sachen, die hier gerade quasi liegen, einmal verstehst. Beide Energien, die durchkommen, weil die beiden, sie gehören zusammen. Und du bist nach wie vor dadurch dabei, dich zu optimieren, dein Leben zu optimieren, dich durch gewisse Herausforderungen durchzuarbeiten, um wieder glücklich zu sein, um etwas erfolgreich zu machen, um dein Selbstbewusstsein zu stärken oder deinen Selbstwert zu stärken. Und das ist ein Aspekt, wo meinen größten Respekt an alle Krebse da draußen, ich habe das Gefühl, ihr geht durch eine krasse persönliche Weiterentwicklung, die nicht immer so einfach ist. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass es jetzt hier auch noch gefühlt ein verborgenes Wissen geben wird, ein Geheimnis zu der Situation, etwas, was dir verborgen lag. Vielleicht hattest du schon immer so ein Bauchgefühl oder dein, ja, vielleicht hattest du schon immer so ein Bauchgefühl zu der Situation. Und jetzt kommt gefühlt dieses Wissen ans Licht. Verborgenes Wissen kommt ans Licht, bereitet aber gefühlt wieder auf gewisse Art und Weise einen Konflikt. Ich muss aber sagen, die Energie, die ich bekomme, ist, dass das Teil ist deines Wachstumsprozesses. Du musst da jetzt leider einmal durchgehen, weil ich kriege ganz stark rein, das ist Teil deines Seelenweges, durch diese Herausforderung zu wachsen. Ebenfalls, und das ist wiederum eine Zusatzinformation für dich, für den Juli, ist es ganz, ganz wichtig, dass, wenn es gewisse Herausforderungen gibt oder gewisse Konflikte gibt, ob mit dir selbst oder im Außen, vielleicht mit anderen, höre auf deine Intuition. Es kann sein, dass dein Bauchgefühl anspringt und du sagst, Moment mal ganz kurz, ich höre das Gras wachsen, ich glaube, da fühlt sich irgendwas nicht ganz gut an. Höre darauf, das wird sich gefühlt im Nachhinein bestätigen. Wenn du auf der anderen Seite ein Bauchgefühl hast oder ein Herzgefühl hast, was dich in eine gewisse Richtung zieht oder sagst, ich glaube, das ist die Richtung, in die ich gehen sollte, höre darauf auch, dass ich habe das Gefühl, du bekommst die Bestätigung für etwas, was du intuitiv wahrnimmst. Krasse Energien, Leute. So, was bekomme ich hier noch? Die Sache ist die, ich muss ganz ehrlich sagen, die Hauptkarten im Sinne von, was sind die Nummern, die sehr präsent sind? 8 und 8, 5, 5, 5. 5 ist die Zahl der Veränderungen grundsätzlich. Und hier haben wir auch nochmal das Schicksalsrat. Wie entwickelt sich die Situation weiter? Hier kommt nochmal eine Veränderung in die Angelegenheit. Es entwickelt sich weiter. Und ich sage dir auch gleich, in welche Richtung. Aber 5, 5, 5 Veränderungen. Ganz signifikant. Es wird sich also für dich nochmal signifikant im Juli etwas verändern. Zahl Nummer 8 ist die Zahl von Fortschritt, Manifestationen. Was ich aber wahrnehme, ist eine extreme persönliche Reife, emotionale Reife und persönliche Weiterentwicklung. Und das ist quasi der nächste Strang, wo es für dich darum geht, jetzt im Juli. Wohin entwickelt sich das? Dieses Bauchgefühl oder das Geheimnis, was jetzt ans Licht kommt, führt zu einer Veränderung. Denn was sehen wir hier noch? Wir sehen leider erstmal, geht dem Ganzen die 5 der Münzen voran. Ein Mangel. Irgendwas ist nicht genug. Irgendwas reicht nicht. Es gibt einen materiellen Mangel. Vielleicht hast du auch das Gefühl, deine materiellen Bedürfnisse werden hier nicht erfüllt. Oder auch, ich mag das gerne auch ein bisschen ausweitern. Für mich ist es eine Karte des Mangels generell. Was in der Essenz auch was mit einem Selbstwert zu tun haben kann. Vielleicht merkst du zum einen, ah ja, okay, da merke ich, muss ich nochmal ein bisschen an meinem Selbstwert arbeiten, damit ich mich der Fülle öffne. Das könnte hier im Resultat bezogen auf deine persönliche Weiterentwicklung sein, dass du hier merkst, ah, da habe ich noch ein bisschen an meinem Selbstwert. Sprich, es könnte eine Situation geben, die vielleicht auch verknüpft ist mit deinem materiellen Besitz, mit deinen Finanzen oder mit einer Beziehung, wo dir noch einmal Mangel und ein Nicht-Gut-Genug-Sein gespiegelt wird. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es aber irgendwas, was du vermisst. Du könntest eine Person vermissen, du könntest die Wärme vermissen, die Liebe vermissen, du könntest ja auch die Finanzen oder einen anderen materiellen Mangel hier haben. Bezogen auf deinen Körper könnte das vorübergehend eine kleine Schwäche sein, weil die Münzen eben auch für den Körper stehen können. Dementsprechend kann es sein, dass wir hier, dass du dich in eine Situation reinbewegst, wo du erstmal körperlich ein bisschen angeschlagen bist. Aber was auch immer dieser Mangel für dich sein wird, komm gerne nochmal Mitte oder Ende des Monats zu dieser Legung zurück. Es resultiert in eine Veränderung, es wird wieder aufwärts gehen und du hast hier mit dem Ast der Stäbe, insbesondere wenn es für dich auf einen körperlichen Mangel hindeutet, neue Energie. Hier ist also das Ast der Stäbe mit neuer Energie. Du fühlst dich wieder motiviert, inspiriert. Auf der anderen Seite kann es hier aber auch eine neue Chance, ein neues Potenzial auf Wachstum für dich geben. Das könnte sein, dass jetzt eine Veränderung reinkommt in einer Angelegenheit, wo es auf gewisse Art und Weise einen Mangel gibt oder in einem Lebensbereich, wo du einen Mangel erfährst oder mangelnde Stabilität erfährst. Und da kommt jetzt eine Veränderung zum Positiven rein, sodass wir hier tatsächlich auch die Sonne ist eine positive Karte. Die Sonne ist eigentlich die Karte, die mir sagt, okay, Sorgenfreiheit. Ich habe aber das Gefühl, dass die Sonne hier für dich in erster Linie dafür steht, dass etwas in dein Bewusstsein kommt, ans Licht kommt, bezogen auf all das, was wir hier sehen. Bezogen aber auf die Veränderung, wo das auch anknüpft, sehe ich tatsächlich eine Veränderung zum Positiven. Du wirst leichter, du wirst glücklicher. Es kann sein, dass es eine Veränderung gibt, die dazu führt, dass du sorgenfreier bist und neue Energie hast. Dich inspirierter fühlst, motivierter fühlst. Gleichzeitig könnte es hier eine neue Chance geben, die sich in deinem Leben präsentiert. Neue Erfahrungen, ein neues Angebot, ein aufregender Neuanfang. Irgendwas, wo du sagst, okay, da gehe ich jetzt rein. Also ja, ein bisschen was zum Durcharbeiten. Aber wir sehen auch, es kommt eine extrem positive Veränderung dann in dieser Situation oder in deinem Leben bezogen auf deine persönliche Weiterentwicklung. Ihr Lieben, was für eine spannende Legung. Ich möchte jetzt, wenn du mit dieser Legung resonierst, dann darf ich dich jetzt einladen, mir zu folgen in die Erweiterung, wo wir nochmal in die Tiefe eintauchen. Und es wird nochmal zusätzlich so 20, 25 Minuten tatsächlich sein. Ja, 25 Minuten. Wo wir dann nochmal schauen, was ist dein Fokus? Was fühlst du? Was ist der Tipp? Was raten die Orakelkarten dir? Und wir gehen auch noch in das große Blatt vom Lenormand, um nochmal zu schauen, was sind denn die Einzelheiten der Situation im Juli für dich? So, jetzt haben wir es aber. Du kannst mir dementsprechend gerne einmal folgen, entweder auf Vimeo für das Einzelvideo der Erweiterung oder auf Patreon für die Mitgliedschaft für die Erweiterungen. Unter diesem Video findest du die Infobox, wo du die beiden Links findest. Und in dem Sinne starte ich jetzt mit deiner Erweiterung und freue mich, dich gleich wiederzusehen. Also bis gleich.